Ich hab neulich so schöne Sachen aufgekommen bei der Arbeitsfahrt, wie Halt und Fallschirm oder Halt und Gewaltwohnen zum Beispiel. Schon, ja. Du hast es fehlt. Schon deswegen, oder? Die Vorzeichen. Ja. Und nun. Sonder... Ah, das ist so großartig, ja. Ah, das ist so großartig. Und nun. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020